Lütting ist ein Technikprojekt für Schülerinnen und Schüler, wo sie sich ein Jahr lang ausprobieren können, tüfteln können, basteln können und dann im Rahmen der Abschlussveranstaltung ihr Projekt vorstellen können und präsentieren dürfen. Also wir stellen hier unsere KI-Anwendung vor, die wir in den Wochen zuvor erstellt haben. Hier zum Beispiel Text in Sprache umwandeln. Das ist hier die Anwendung und wir haben quasi daran gearbeitet, den Text am Ende als Sound hören zu können. Hier kann man verschiedene Sprachen wählen und auch verschiedene Stimmen und sind froh, heute das hier vorgestellt haben zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.